es ist mittwoch ihr kriegt jetzt einen one taker kein geschneide gar nichts einfach nur hier meine akt der wahrheit denn jetzt ist was ganz besonderes ich ziehe aus ich habe hier den gästebereich gebaut ihr kennt ja die ganzen videos dazu und habe mich auf work away angemeldet das heißt ich biete volunteering an ich bin auf airbnb und hier auf youtube und ich kann es nicht glauben meinen ersten airbnb gast meinen zahlenden gast hatte ich vor über einer woche der hat in so einer hängematte übernachtet und jetzt in 40 minuten kommen meine ersten work away gäste ich habe es jetzt wieder hier für die eingerichtet ich finde es so schön hier ich habe jetzt hier drei wochen so was drin gelebt und ich habe mich zu sehr daran gewöhnt muss ich sagen das ist so schön weil jetzt beginnt das ganze spiel noch mal für mich vorne dieser ganze hektar bis zu diesem bis zu diesem und diesem eukalyptuswald der gehört nun mein zwei helfern das heißt ich werde den volle privatsphäre geben beziehungsweise am anfang muss ich mal gucken wie das jetzt alles läuft weil was braucht man um zu leben eine schlafmöglichkeit eine kochstelle dann zeige ich euch jetzt mal die toilette schrägstrich dusche die ich noch nicht fertig gebaut habe da wollte ich die woche jetzt richtig viel machen und habe auch relativ viel gemacht aber vielleicht seht ihr wie heiß es ist aber ja sehr wechselhaftes wetter jetzt die letzten zwei tage waren sehr kühl davor hatten wir dann 35 grad oder sowas ja vielleicht habt ihr schon mal ideen was ich hier hin machen könnte ich habe das jetzt schon mal ein frei gemacht ich dachte an den kompost aber bei kompost ist das problem dass dann ganz viele fliegen da drin ich weiß nicht ob das zu nah an der küche ist hier ist die küche ist knapp und jetzt kann wir hier zur autotoilette zur baustelle das heißt das wird dann wahrscheinlich auch für meine helfer das erste projekt ja ich habe mich gerade eben besser gewaschen dafür musste ich dann die toilette eben ich denke sie ist besser hier hin und das ist ein camping dusche ja dann für mich den popo mit wasser wischen natürlich und meine gäste weiß ich nicht aber da war ich mal so frei klopapier dann bereitzustellen und dann bin ich mal echt gespannt was für projekte die sich aussuchen ich zeige euch das alles mal anders da weil jetzt geht es erst mal nur meine gäste zwar habe ich in work away angegeben und so war das auch bei mir wo ich hier in das portugal in die community ist gekommen bin es gibt keine arbeitszeiten jeder darf so viel so wenig arbeiten wie er will wenn man schlechten tag hat einfach gar nicht arbeiten man muss es auch nicht irgendwie nachholen oder sowas und dafür gibt es aber in der zwei wochen testzeit so habe ich das beschrieben dass wenn das funktioniert dann kann man hier bleiben wenn nicht dann müssen die leider wieder gehen weil essen ist nicht umsonst nicht für jeden für mich schon ich war gestern dumpster diven wieder guck mal wie viel brokkoli und eine kiste wurde schon von einem freund abgeholt heute morgen um acht kam ein freund und ja ich bin so froh diesen bereich hier zu haben wir hatten vor drei tagen hier eine kleine party bei dem spiel portugal gegen frankreich beziehungsweise an dem tag hat auf deutschland gegen spanien verloren sehr interessant während meine freunde hier saßen und wir hier so ein bisschen gefeiert haben haben die mir erzählt dass deutschland spielt und ich war der einzigste deutsche und habe es nicht gewusst aber wir waren dann ich glaube so 16 16 leute hier mit zwei kindern mit drei hunden und so war viel 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 geiler wie ich gedacht habe und jetzt bin ich mal gespannt wie sich das hier alles entwickelt ich werde mir jetzt ein neues shelter bauen ich bin die ganze zeit echt extrem am überlegen weil ich habe hier mein auto als zu hause jetzt kann ich hier gäste abholen und ich habe eigentlich nicht vor in meinem auto zu schlafen ich will mir ein shelter bauen das heißt ich beginne jetzt dann bald mit dem hausbau ihr kennt mein land drei hektar hier der gästebereich dann ist ein hektar wild und dann mein privater bereich wo ich auch mein food forest habe und so weiter und da müsst ihr dann zum beispiel das ganze zeug kennen das ist praktisch mehr oder weniger all mein besitz das ich brauche mit dem habe ich drei jahre lang in meinem auto gelebt und jetzt wo ich hier mein land habe habe ich natürlich mehr ganze dumpsterdive ergebnis paletten müssen jetzt auseinander genommen werden dann die kaputten teile ja was soll ich damit machen ich habe ein bisschen angst dass ich mein ganzes dumpsterdiving zeug so sehr ansammelt dass ich bald hier so eine riesen müllkippe habe und ja jetzt hochsommer offenes feuer ist verboten das heißt jetzt einfach alles zu verbrennen darf ich nicht und will ich eigentlich auch nicht aber ja so viel dazu und genau was mein plan jetzt hier unten weiter ist wir sehen hier schon mal haselnuss hier ist trauerweide da vorne sind noch weitere jungen bäume und durch eure spenden habe ich noch zwei fruchtbäume obstbäume im garten und die sollen alle hier gepflanzt werden das soll ein riesen food forest werden und ja ich denke jetzt wo die gäste erstmal herkommen können gucke ich erstmal dass sie das so bequem haben wie möglich damit es denen gut geht und dann denke ich auch dass sie gut arbeiten können hier unten sollen kinderspielplatz hin und ich würde sagen das war es dann mit meinem one taker mittwochs versuche ich euch jetzt immer so ein kurz no cut video uncut video zu geben und samstag beziehungsweise sonntags am wochenende dann wie gewohnt lasse ich bilder sprechen und ich möchte mich auch noch mal riesengroß bedanken für die spenden genau fast hätte ich vergessen seht ihr das passiert bei einem one taker ich habe die kamera sogar von dort geholt lieber jan du hast mir eine sehr geile lange nachricht geschickt und dein wunsch sei erfüllt und das ist eine geile idee ich habe jetzt mal testweise getestet und kaum zu glauben morgen soll es regnen da bin ich mal echt gespannt die idee hat mir der felix auch schon mal per privatnachricht geschickt und ich wollte eigentlich hier mit diesen rindestücken das ausprobieren aber ich muss sagen so sachen auszuprobieren das dauert immer ewig die aktion an für sich hatten werde ich wahrscheinlich in 10 15 minuten schaffen aber das rumgefummelt davor dann geht da wahrscheinlich irgendwas kaputt deswegen bin ich jetzt mega froh wasser auffangen zu können gerade hier jetzt im sommer meine strömung wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen austrocknen aber nicht gerne den kanal dann halte ich euch da auf dem laufenden das wird sehr wahrscheinlich auch eines der projekte noch für diesen monat und damen zu bauen oder zwei dämme mit den volontären zusammen schauen wir mal also gerne kanal abonnieren und wenn auch du mir spenden willst wenn du dieses projekt vor allem diesen hektar hier das alles unterstützen willst vielleicht auch für dich selber so wie die letzte spende habe ich für 50 euro diese matratzen gekauft wenn du irgendwelche ideen hast spende mir gerne du findest in der video beschreibung meinen paypal me link und ich verspreche dir ich werde irgendwas wundervolles machen für die natur für gäste die die natur dann heilen oder für mich die die natur heilen ich werde es euch auf jeden fall zeigen und danke euch an meinem vorab bis zum nächsten video